Ja, ich hab ja gesagt, hier kann man ein bisschen cheaten. Ja, 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 ja. Wehe. Ich kann's auch nicht hier. Ich fand sie recht entspannt. Aha. All in one. Als ob. Was? Okay. Nein, okay. Vier Schläge. Ernsthaft? Ja. Oh Gott, nee. Das war zu fest. Ja, hier darfst du echt nicht zu viel Schmackes geben. Ich flieg immer raus. Ich bin mein Loch. Mhm, cool. Ich jetzt auch. Fünf Schläge, ey. Okay, das ist deine Map, glaub ich. Oh Gott, das geht wieder los. Oh Gott, das geht schon wieder los. Jetzt bin ich ein Waffel. Toll, ich bin wieder ausgeflogen. Und wie lange bleibt man so? Okay. Bis man einen Schlag gemacht hat. Ich komm wieder los. Ich komm wieder nicht jetzt in den Loch. Ich jetzt ja, endlich. Ich, ich bin ein Waffel. Raub, ich auch. Hahaha. Wow. Man muss es einmal gesagt haben. Ein Waffel. Ein Waffel. Zack, nix. Hahaha. Ich schweige. Roll in one. Ernsthaft? Ja. Wie? Sag ich nicht. Mein Geheimnis. Firm, firm Geheimnis. Ja. Ich hab einfach nach dem Ziel gesucht und bin rüber. Ah ja. Wer tätet hier? Ich muss doch ein bisschen aufholen. Frech. Aber ich bin drin. Ich hab reingestippt. Okay. Wow. Aha. Wow. Wohin willst du? Ich wollte... weg. Nein. Ach man, das Spiel, das mobbt mich doch. Das ist ein Golf, ne? Mit drin. Ja, ja. Du hast da wieder was verloren. Du augenscheinlich auch. Ja, nein. So, jetzt aber. Komm schon. Ich hab da eigentlich nichts hingelegt. Ich hab das Loch sabotiert, aber mehr auch nicht. Mhm. Ach, Schläge, ey. Wow. Das hol ich nicht wieder auf. Gefällt mir. Nein. Nein. Okay. Achtung, schwarze Löcher. Nicht rein. Hole im Watt, hole im Watt, hole im Watt, hole im Watt, hole im Watt. Ja, hab ich. Danke. Und ich dachte, ich krieg wohl immer hier. Ein herzerfrischendes Moin-Moin an alle durchgekleiden. Hey, Anni. Baby. Oh Gott. Nicht runterstoßen, nicht runterstoßen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein. Nicht hyperventilieren. Nein. Puh. Ah. Hey. Aus dem Weg. Ich muss durch. Ich auch, da ist das Ziel. Oh nein. Ja, roll weiter. Roll, roll, roll. Nein. Ich tue es dir doch. Bin drin. Na, alles schick. Ja, und bei dir? Ach, komm, Mann. Jetzt aber. Nicht runterrollen. Ach. Oh Gott. Uh. Mein. Sein Guinness, ey. Sinschläge. Aha. Ach, nö. Oh, guck mal. Guck mal. Hier können wir weggeblasen. Mhm. Oh. Ich habe den ersten Schlag geschafft. Wow. Nein, ich fall runter. Oh Gott. Ich auch. Das war zu heftig. Na dann, schönen Feierabend. Mensch. Das ist doch das Beste daran. Feierabend. Also, wir suchen immer noch Mitspieler. Nein, ich wurde runtergeblasen. Zum Einlochen. Oh, das war, ey, wow. Uhuhu. Der Wind ist heute nicht auf meiner Seite. Nein, 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 nein. Absolut. Nein, ich will jetzt nicht friezen. Oh, danke. Johnny, danke schön für deinen Resub ins 16. Monat. Dankeschön. Beim Einlachen schaust du auch auf jeden Fall mal zu. Ja, ja. Johnny, wir haben eine schöne Map gefunden. Nicht Shani, sondern Johnny. Achso. Ich habe schon gesagt. Nee, nee. Shani, du siehst doch arbeiten. Die Gute. Wie geht's dir, Johnny? Johnny. Schön, dass du mal reinschaust. Jetzt könnte ich doch noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier geben. Okay, du bist da lang. Okay, ich habe es auch geschafft. Geil. Und jetzt? Oh, geil. Johnny ist aber auch arbeiten. Nein, schwarze Loch. Schwarze Loch und so. Gehst du aus meiner Schussbahn? Entschuldige. Ach nein. Nicht nach unten. Es hat mich aufs Richtung Loch geschossen. Holze. Ist das geil. Ach, come on, ey. Es hat mich Richtung Loch geschossen. Ist das super. Du schietest doch. Bedank dich beim schwarzen Loch. Mhm. Danke, schwarzes Loch. Es hat mich dann katapultiert. Ja, genau. Das Spiel mobbt mich so richtig hart. Das Level mobbt dich. Mhm. Das letzte schwarze Loch hat mich, äh, zum Loch geschossen. Mich nicht. Ja, schubs mich wieder zurück. Geil. Weißt du was? Geronimo. Genauso. Angefähr da bin ich auch gelandet. Elf Schläge. Ja, super. Sonst muss ich mir zumindest keine Gedanken mehr machen. Oh Gott. Hier habe ich gestern geflucht. Ja, vorgestern. Nicht friezen. Nicht friezen. Schön. Toll. Jetzt bin ich ein Donut. Ne, ein Puck. Oder irgendwas. Wow. Nein. Hoch, 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 hoch. Oh. Nein. Du bist so weh. Hi. Hi. Äh. Was machst du da? Das Loch. Aber du schieb bist. Wieso? Die Röhr, die Röhr, die Röhr, die Röhr, das Rohr war nur nicht mehr unten. Das Rohr war bei mir unten. Ne. Bei mir nicht. Bei mir schon. Aber ich bin drin. Ich schiete. Klar. Weil das Rohr unten ist. Das klingt falsch. Weil, also. Also. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Moment mal. Johnny, wie musst du, wie lange musst du denn noch arbeiten? Oh Gott. Dann schieb dich auch gerade. Schieten wir nicht alle. Was? Oh Gott, Johnny. Oh Gott. Alter. Ich hab so viel Schwungmasse hier. Ja, mach ruhig weiter so. Ist gut so. Bis um 8 Uhr. Wow. Das gefällt dir, ne? Mhm. Wann hast du denn angefangen? 8 Uhr. Heftig. Nein. Ja. Weiter so. Fester. Jetzt mit Gefühl. Nein. Fester. Nee, ernsthaft? Ja, 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 ja. Von 8 bis 8. Alter, das ist heftig. Und ich dachte, meine Arbeitshäten sind schon übel. Oh Gott. Drei Schläge noch. Dann hab ich dich. Ja, viel Spaß hier. Werde ich haben. Oh nein, der hat mich. Boah. Immer diese dunkle Materie, ne? Aha. Schon zwei Schläge. Oh Gott. Jetzt schießt mich doch mal woanders hin. Oh wow. Spiel sagt nein. Ist so. Okay, doch stärker. Okay. Nein. Hä? Ach, darüber. Einfach mit Schmackes oder auch nicht? Uh, uh, uh. Ich schau mal, was du machst. Aus der Bahn fliegen tue ich. Ich bin gleich da. Ich bin drin. Ich, äh, das schwarze Loch hat mir wieder geholfen. Das darf doch echt nicht wahr sein, oder? Das schwarze Loch hat mich wieder geholfen. Du hast es mit den schwarzen Löchern. Alter, als ob. Das schwarze Loch hat mich hier oben geschlossen. Ja, 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 ja. Oh, ist das schön. Die schwarzen Löcher mögen mich. Mhm, ich merke das schon. Ähm. Ja, reden wir nicht drüber. Ich bin mein Ziel. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ey, ich versuche hier zu sheeten, ja? Und er ist schon drin. Also. Ist jetzt nicht wahr. Ich bin den regulären Weg gegangen. Ich habe mich dann in einen Eiswürfel verwandelt. Na gut. Meinst du so? Ja. Und dann hinten habe ich mich plumpsen lassen und dann habe ich mich dann zum Eiswürfel gemacht. Da. Ich habe aber keinen Eiswürfel. Ja. Ist das, äh, ja. Ja. Kann ich nichts zu sagen. Äh, wo bist du da? Äh. Ach so. Doch, eigentlich schon. Eigentlich zahlt sich das aus. Aber. Pinky ist einfach zu dumm dazu. Vorsicht, schwarze Löcher. Deine Freunde. Äh, deine Freunde. Ja, ich leute mich in Richtung Ziel. Danke. Das ist doch echt nicht wahr. Ich habe den Dinger bestochen. Aha. Den Fuffi gibt es später. Nein, ich war schon oben. Ja, so bin ich gerade auch runtergekullert. Cool. Ernsthaft, du bist oben. 24 Stunden normal. Oh Gott. Das ist heftig, ey. Es bleibt doch still. Alter, echt? Eine gewisse Anzahl an Stunden. Wow. Das ist, das, oh. Das geht's, hast du? Naja, gut, wenn du da schon, ähm, äh, wenn du, wenn du, äh, wie soll ich sagen, Übung schon drin hast, oder beziehungsweise es dich anders kennst, gewohnt bist, das wollte ich sagen. Äh, warum liege ich denn jetzt hier unten? Ähm. Äh, muss das so? Ja. Warum kuller ich wieder zurück? Das weiß ich nicht, ich bin oben. Ach komm, Schnauze. Vorsicht, hier kann man hüpfen, musst du hüpfen. Hier muss ich hüpfen? Ja. Ach so, das. Ach so, das. Ja, hier verkack ich auch jedes Mal. Hier verkack ich, hier, hier hab ich letztes Mal immer verkackt. Du hast es geliebt? Du hast es geliebt? Ernsthaft, Johnny? Okay. Also, ich bin drin, ne? Ernsthaft? Ernsthaft. Also, wie gesagt, ich hab auch mal beim Roten Kreuz und so gearbeitet. Und, äh, nein, danke. Das ist nicht meins mit den Sprenger, wieso fliege ich da raus? Ja, mach ruhig weiter so. Ist okay. Ja, schön, dass es dir gefällt, ist klar. Ja. So ein paar Schläge kannst du noch machen. Ab wann muss ich hier springen? Jetzt. Oh, verdammt. Und ich sag sowas auch noch. Schade. Nein, eigentlich müsste das funktionieren. Ja, funktioniert bei mir aber nie. Weil ich bin so ein Glückskind. Tausendmal ins Stadion. Ich krieg den Ball vom Kopf. Hm. Auch nicht schlecht. Ich hüpfe immer raus. Keine Ahnung, wieso. Hm. Der hüpft immer wieder nach. Ist wie bei Shani mit The Forest, ne? Mhm. Ja. Okay, vielleicht. Ah, okay. Ich springe. Ja, ja, ja. Bisschen doch. Woo. Ich bin noch noch zwei Leute. Ja, 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 ja. Und das verkacke ich jetzt. Ich bin drin. Bitte was? Ich bin schon weiter. Ach, du bist auch da. Und bei mir fließt gerade das Spiel. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich bin dir auf den Fersen. Nein, tu das nicht. Nein, tu das nicht. Ich mag das nicht. Vor allem, dein ist ein Schwarz. Doch, das kennst du ja. Ähä. Ja, das hilft mir sogar noch. Das besteche ich ja auch jedes Mal. Nein. Oh mein Gott. Nein, diesmal hat mir das Schwarze Loch nicht geholfen. Bin ich jetzt... Wo bin ich denn jetzt? Keine Ahnung. Am A der Welt. Da sollst du aber nicht hin. Ich hab keine Ahnung, wohin ich soll. Ach, da hoch. Okay. Kann jetzt auch mal das Ziel kommen. Ich hab's gleich. Wahnsinn. Mit zehn Schläge. Bin jetzt bei Schlagzehn. Alter! Ja, du hast es doch gleich. Jetzt sagst du nur nicht dran vorbei. Oh ja. Einen noch. Einen noch. Einen noch. Ja, jetzt welche Röhre, ne? Ja. Oh Gott. Nimm ich die Mitte. Okay. Und nicht so viel Schmack. Danke, das wollte ich haben. Ja. Ach, da ist es ja schon wieder. Sag mir mal, wo ist das Ziel? Das hab ich ja auch noch nicht herausgefunden. Ach so, okay. Ähm, okay. Jetzt bin ich ein Puck. Loll. Nein, schwarzes Loch. Hilf mir doch. Das hat doch so gute Freude. Ah. Ah. Ah, da ist das Ziel. Ernsthaft jetzt? Du hast es rüber geschafft? Ja. Und ich bin ein Loch. Hm. Ich bin oben drüber. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Ich bin oben drüber. Nee? Oh. Oh. Dieses Mal. Ach, nein. Ach, Gott. Ach, Gott.